Hallo zusammen, ich bin Basile und ich bin im dritten Lehrjahr. Ich bin Tallinn und bin im zweiten Lehrjahr. Wir zeigen dir heute unseren Berufsalltag als Landschaftsgärtner. Komm mit! Ich habe mich für den Beruf Landschaftsgärtner entschieden, weil man am Ende des Tages immer sieht, was man geleistet hat und weil ich gerne mit grossen und kleinen Maschinen arbeite. Speziell in der Firma Hodl & Partner ist, dass sie sehr viel Zeit in die Lehrlinge investieren und dass ein sehr gutes Verhältnis zwischen den Lehrlingen und dem Berufsbild besteht. Und das führt danach zu einem guten Arbeitsklima. Ich habe mich für den Beruf Landschaftsgärtnerin entschieden, weil ich gerne draussen im Team mit Pflanzen arbeite. Für die Lehrlandschaftsgärtnerin musst du mitbringen, dass du körperlich aktiv arbeiten musst und dafür auch Ausdauer haben musst. Speziell an der Firma Hodl & Partner ist, dass wir ein grosses Team sind und dadurch viele verschiedene Arbeiten machen können. Die Benefits von Hodl & Partner sind, dass wir alle Jahre einen coolen Lehrlingsausflug machen. Zum Beispiel, letztes Jahr sind wir in den Europapark gegangen und dass Noten aber um 5,5 ausgezahlt werden. Nach der Lehre hat man die Möglichkeit sich weiterzubilden als Gärtner mit eidgenössischem Fachauswesen oder als Techniker HF. Wenn dir der Einblick in unseren Gärtneralltag gefallen hat, dann bewirb dich jetzt beim Talentwerk Hodl & Partner. Mich als Berufsbilder würde es extrem freuen, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.